Willst du Frieden zu Hause haben? Und den Frieden garantieren wir nur, indem wir die Erfolgsaussichten eines Krieges undenkbar machen. Wenn man sich einmal entschuldigt, dann tut man es wieder und wieder und wieder. Das ist wie Mauersteine aus deiner Hauswand rausholen. Soll das Haus etwa einstürzen? In deiner Aufnung gibt's nur eins. Härte zeigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die 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 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020